Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid zu einem neuen Video, Marokko, Agadir sag ich nur, Food Hall, wir sind hier in der Food Hall, wir arbeiten uns jetzt vor, marokkanischer Markt, ein bisschen gucken und zum Schluss Food Hall, in Marokko traditionelle Gerichte, Tagine, Fisch, Hähnchen, alles am Start, ganz kranke Sachen, viel Spaß beim Video, denkt nach 50 Euro Gutschein, random in den Kommentaren, irgendwas, pinn ich an, jetzt geht's los, erst mal ein bisschen Markt, dann geht's zur Food Hall, lasst euch berieseln von den Eindrücken, in Marokko, bis gleich. We want to go to the market, the traditional market, okay, Marokko, yes, 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 I have to look to my Notizen, und nicht, dass ihr euch wundert, Leute, dass ihr so schmierig aussehen, ich bin eingefettet mit Kokosnussöl, damit ich keinen Sonnenbrand kriege, also nicht, dass ihr denkt, ich hab drei Tage nicht geduscht, Bruno Mann ist auch dabei, muss ich euch sagen, dazu, und Vorgelchen auch, die Nanny, die Nanny, ja, wir wollen eigentlich ein großes Taxi extra, jetzt kriegen wir das hier, wir nehmen andere Schatz, er sagt schon, I think it don't fit, hab ich das richtig gesagt, don't fit, das kam von ganz tief und man, Ich glaub das war richtig gesagt, don't fit, best driver, what do you think, what does uns erwarten at the Souq market? Big Souq, big Souq, okay, yeah, what does uns erwarten? No, okay, 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 hey, 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 we can even go to Marokko, had i didn't say that, man, MacGyver from Marokko, Jetzt nehm ich euch mit auf die schöne Fahrt zum Zug. Der ist Zug, der traditionelle Markt. Willst du ein bisschen französisch sprechen? Ah, nein. Nicht französisch. Nicht französisch. Nicht französisch. Ein bisschen arabisch. Mashallah. Alhamdulillah. Inshallah. Unser Hotel ist scheiße, man fressen schmeckt scheiße. Hotelzimmer, madratzen nicht so gut. Ich habe überlegt, ob ich auch Hoteltester werde, so ein Kritiker. Demnächst gibt es eine Europatour, muss man dazu sagen. Da wird es schöne Videos geben. Schreibt auch schon mal rein, wo es hingehen soll und was ihr sehen wollt an Essen. Denkt an einen 50 Euro Gutschein. BAM! An irgendjemand. Einfach so. Kennen wir uns hier? Ja. Oh, hier. Hier, please. So, also wir sind am Start jetzt. Da ist sozusagen der Hauptteil, da hinten sieht das Arm aus. Hahaha. Das war vielleicht dumm. Vergiss, was ich gesagt habe. Mann, das hat keinen Sinn gemacht. Das ist das Kleid, Leute. Das hat meine Freundin erst seit meiner Schwangerschaft angehabt. Äh, da habe ich mein Lieblingsfoto von meiner Freundin. Ich blende das mal hier kurz ein. Ich habe meiner Freundin versprochen, mit Zara shoppen auf meinen Nacken und ich mache ein Live-Soup bei Twitch. Und denkt dran bei Twitch auch gerne ein Abo dalassen, Leute. Hier, da haben wir auch bald 60.000 Abonnenten erreicht. So, jetzt wird hier irgendwas traditional gepresst. How much? Okay, it's for you. Okay. 20 von dieser Währung sind umgerechnet 2 Euro. Und er wollte halt 30 Cent dafür haben, so, ne? Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Ich verstehe kein Wort. Er haut das da irgendwo rein. Danke, danke. Zuckerrohr & Soup. Einen nur mit Zuckerrohr und einen so, wie du, wie du machst, mit Orange und Ingwer und so. Ist doch geil, Mann. Irgendwas Süßes hat er da reingetan. Zuckerwasser vielleicht, ja? Ganz süß nochmal. Nochmal zusätzlich auf Süßspeise irgendwie angelehnt. Oh, auf dem Zunge so ein bisschen. Aua. Einfach mega süß, Leute. Komm, das macht keinen Sinn, nur Zuckerrohr. Das wird einmal nur süß sein. Schmeckt aber trotzdem geil irgendwie. Wer auf Softdrink steht, so richtig süß einfach. Natürlich nicht wie Cola, aber mindestens genauso süß. Da bist du befriedigt erst mal. Ohne Zuckerrohr, ja? No Zitrone, no Ingwer. So sweet. Dann kriege ich einen Zuckerschock, wenn ich es komplett trinke. Guter Einstieg, Leute. Wie geht's los jetzt? Uh, what's that? Sieht zwar verlockend aus, aber ich will mich nicht direkt am Anfang schon mit Brot vollfressen. Geile Orangen, Leute, mit Blättern oben dran. Das heißt frische. Jetzt fragwissen von Holle mal wieder, wenn ihr ein Blatt-Clementino oder so kriegt. Die Blätter gehen durch Reifegas in den Arsch. Also wenn die reif und frisch mit guten Blättern in Deutschland ankommen, dann sind sie wirklich frisch. Wow! Wow! Schmeckt geil. Also ich bin auch Orangenexperte. Sehr leckere Orange. Ist nicht die beste meines Lebens. Also um so eine leckere Orange zu kriegen, musst du erst mal auswählen in Deutschland. Na, zehn Stück und du kriegst irgendwie acht, die schlechter sind. Tea? Es ist Tradition? Ja. Okay, I want tea. Er hat mich überredet. Ich habe lange keinen Tee mehr getrunken, aber der Koffein, da ist Koffein da drin. Oh, da kann ich wieder Bewusstseinsveränderung. Tradition, sagt er. Pfeffermint-Drink mit Zitronenmelissa. Oh, geil, Mann, ich dachte, schwarzen Tee. Pfeffermint, Zitronenmelissa in Stevia in Sahara-Tee. I take one of this, yes? Johannesbrot. Ich liebe die Dinger. Voll süß, daraus wird dieses Johannesbrot-Kernmehl gewonnen. Die machen Süßspeisen teilweise aus, in Portugal zumindest, das weiß ich. Kerne muss man ausspucken. Ich glaube, von allem, ich schwör's euch, aus Portugal, im Koffer, die ganze Aldi-Tüte von mitgenommen. Portugal war gute Zeit. Nice. Stevia drin zur Süße Mega und die Blätter. Kauf kein weißes Pulver Stevia oder so, das ist Müll, wenn dann gemahlene Blätter oder das, sehr guter Schiff. Echt richtig leckerer Tee. Sweet, nice aroma, nature. Could drink it every day. Hey Mimi, little, little cat. Small tea, one packet tea mixed. No, no, no. Er gibt nicht mit, er kann nicht anders, er kann nicht anders. Stevia? Er wollte kein Trinkgeld. Er wollte 5 Euro geben, umgerechnet er will nur 1,30 Euro haben. Das ist 20 Euro. Okay. 30 Euro. 19 Euro. Ah, 19 Euro. Okay, ich wurde doch abgezogen. Aber ich geb gerne Scheißlaut. So, Oliven von Marokko. Could I taste one or two? Tilly. Taste it. Für euch. Auf Risikobasis. Okay, übertrieben salzig. Und wenn du ein Mann bist, ist es so ganz. Einfach nur Salz, pur Salz, ich schwöre euch. Boah. Ohu. Schluck auf. Kann man sich geben, ist für mich aber nicht special, sag ich euch ehrlich. Wenn man beim Türken in Deutschland hingestellt, kriegt es genauso gut. Ich nehme einfach mal hier eine Dattel. Geht durch. Geht durch, Mann. Guck mal. Jetzt nicht auslösen, ne Schatz? Ich muss sagen, ich esse sehr viele Datteln. In türkischen Laden, Biomarkt, sonst wo. Hier sind in Ordnung. Aber deutlich besser schon gegessen. Wirklich, wo du denkst, du hast Saft im Mund. So eine Datteln. Bis hier, wo du denkst, das wird flüssig. Mit Aroma, dass du denkst, du hast Karamell im Mund. Das ist hier in Ordnung. Aber da haben wir letztens am Stand auch schon bessere gegessen. Wir sind mal hier ein bisschen um meine Freundin rum. Kriegt sie irgendwann noch zu sehen, denke ich. Wir sind gerade ein bisschen in der Diskussion, ob wir die Bombe platzen lassen. Wir müssen uns durchfighten zu den Köstlichkeiten jetzt. Ich gebe Tuyin den Gefallen, den will ich mir unbedingt zeigen. Das ist hier irgendwas. Alkalyptus. Alkalyptus. Hot water? But I don't die when I drink it, eh? No, no, good, 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 good. Smells good. How are you? How are you? I need good food. Good? Good food. Traditional food. Ich werde mir jetzt offenen Armen empfangen. Boah, das sieht schon nach einem selbstgemachten Spieß aus. Döner-like. Der geht mir erst mal direkt auf den Teller. Geil. Schön weich, nicht zu überwürst. Jetzt gibt's Taginen. 3,50 Euro kosten Schawarma. Ne, 3 Euro und 3,50 Taginen, umgerechnet in Euro. Jetzt sag ich mal unter uns, das Fleisch war in Ordnung. Hat mir ein bisschen Würze gefehlt, muss ich jetzt einfach mal als Kritiker auch sagen. Aber guck mal, Schawarma habe ich einen Vergleich aus Deutschland. Natürlich auch, wie der Schawarma hier jetzt schmeckt. Und Tagine. Kommt aus dem Römertopf, sagt meine Freundin gerade. Werden wir uns geben, werden wir genießen. Oder auch nicht. Das wäre mal Schawarma. Inzwischen auch echt ein Essen, was ich richtig gerne in Deutschland esse. Und auch viel tatsächlich. Für mich irgendwie so komplett Feeling. Brot, Fleisch, Soße. Und auch echt gute gegessen in Deutschland schon. Ganz anderes Feeling als in Deutschland. Erinnert mich beinahe an eine Fast Food-Kette. Pfade. Das Hähnchen ist wie am Spieß auch leider nicht genug gewürzt. Jetzt kommt das aber. Da war das Fleisch grad schön knusprig und durch diese Röster rum und so. Hat schon bis eben reingekickt. Aber im Großen und Ganzen, zum Schawarma nicht so begeistert. Aber trotzdem noch in Ordnung. Fünf und zehn Punkten würde ich jetzt geben. Schärf ist teilweise wie so, ich will nicht, aber ich muss. Wisst ihr, irgendwie gibt das einen Kick. Und allem etwas. Oliven, Zitrone ist da noch mit drin. Das Gemüse auch noch mal kurz. Richtig süß. Die beste Farotte meines Lebens. Ich meine nicht, wie die das gemacht haben. Ehrlich nicht. Jetzt kommst du mit dem Hähnchen. Bitte enttäusch mich nicht, Baby. Das ist geil. Weil die haben das anscheinend mit dieser Zitrone gekocht. Das so richtig schön durchgezogen. Nicht aufdringlich zitronig, natürlich zitronig. Richtig geil, Mann. An das ein Gericht für mich. Augen schließen und reinfühlen. Und das liebe ich. Wisst ihr. Schön butterzart das Hähnchen. Eine ganz spezielle Konsistenz. Weiß nicht, wie die das gemacht haben. Kenne ich nicht vom Hähnchen. Jetzt kommen wir zu der richtigen, mageren Hähnchenbrust. Ich versuche euch diesen Biss zu beschreiben. Weil das war echt, habe ich noch nie gehabt. Ihr habt ganz mageres, hartes Fleisch. Und wartet trotzdem noch auf den Biss. Weil irgendwo hat es ja natürlich noch den Biss. Der fehlt komplett. Das hat mal irgendwas vom Fleisch entfernt. Das hätte nur noch keine Ahnung. Kann ich nicht beschreiben. Ich sollte aufhören damit. So ein bisschen, als wenn du auf einer zerkochten Aubergine rum beißt. Nur halt ein bisschen fester noch. Sehr rundes Gericht. Gib mir eine 8 von 10. Gucken wir mal weiter, ob wir noch irgendwas köstliches finden. Sehr geile Momente beim Essen gab. Muss man einfach so sagen. Aber so, um noch eine bessere Wertung zu kriegen, muss das ganze Gericht zu 100% stimmig sein. Und ich habe mir dann an ein, zwei Stellen gelangt, wo dann doch eher, ja, triste Hähnchenbrust. Sagen wir mal so. Aber es war nicht so 100% das Gericht top. Und deshalb in Anführungsstrichen nur eine 8 von 10. So nette Leute, nur hier freundlich alle. Du gehst von jemandem vorbei, rempelst jemanden halb an und alle so eine zuvorkommende Art. So ein bisschen. Was willst du so einen auf den? Sondern alle richtig freundlich und, ja, strahlen wärmer aus. Sagen wir mal so. Anderthalb Hektar groß, sagt meine Freundin, ist das hier. Tajine heißt das, glaube ich, ne? Wenn ich mir nochmal ins Ballern. Ist Tajine ein Nationalgericht hier, ne? Anscheinend, ne? Ja, aber da kannst du ja Verschiedenes drin essen. Ja, ja. Alles wird halt in den Dingern gebacken. Überall gibt es Tajine. So, ich habe jetzt nochmal gegoogelt. Absolutes Nationalgericht, ja. Hätte ich auch mal vorgucken können. Tajine in Marokko. Oh, ja. Das frischgebackene Brot werde ich hier auch mal testen. Das Süße hier. So ein bisschen wie, kennst du diese Ringe? Die Ringe vom Türken. Wie heißen die nochmal? Aber nicht ganz so süß. Ich liebe Brot. Brot ist so einfach, wisst ihr? Überall hat es einen anderen Charakter. Gefühlt ist alles einfach nur Mehl, Wasser. Aber die schaffen es, dass jedes Brot anders schmeckt. Dieses Feeling hier auf dem Markt auch. Mit den ganzen Geräuschen, den Leuten. Einfach geil hier zu essen, geil hier zu sein. Ich muss euch auch nochmal einen Kuss aussprechen. Ihr seid die heftigste Community. Mein Cutter sagt jedes Mal, auch wenn er die Kommentare liest. Der ist aber verwundert. Nichts Negatives. Im Vergleich zu anderen YouTubern, nur positiv waren. Dafür auf jeden Fall dick ein Kuss nochmal an euch. Dann sagt der mal, wenn es dir schlecht geht, liest es einfach Kommentare. Hat er recht. Hier guckt einfach mal an. Aua, heiß! So mega heiß kocht es halt noch. Ich traue mich gar nicht, hätte ich es zu probieren. Muss man auch mal eingestehen. Ich bin kein Fischexpert, überhaupt nicht. Ich würde jetzt auch nicht rausschmecken können, welcher Fisch das ist. Und die Verständigung langt nicht ganz, dass ich gesagt habe, was ich möchte genau. Oder dass er das gepeilt hat. Riecht sehr tomatig. Jetzt weiß ich auch, wie ich es beschreiben kann für das Hähnchen. Das Gleiche auch hier beim Fisch. Das Ding hört sich jetzt nicht appetitlich an. Aber es ist nicht wirklich mehr, als wäre es ein Stück Fleisch, sondern als wäre es Brei quasi. Dickerer Brei. So zart. Und ich weiß nicht, was die damit genau machen, ob das dieser Tontopf ist, diese Technik. Ich glaube, ich habe noch nie so zarten Fisch gegessen. Ganz Vorsicht, ganz klein bisschen von dem Scharfen. Nicht, dass ich wieder Glück auch kriege. Kennt ihr diese fruchtige Schärfe? Als würdet ihr theoretisch auf irgendein Obst beißen und habt diese Schärfe dazu. Ich komme nicht klar, wenn ich das nicht genau beschreiben kann. Eine Mischung aus Brei und fester Konsistenz irgendwie. Genauso Mittelding. Ganz verrückt. Auch hier wieder Zitrone dabei. Komplett gekocht mit Schale. Werde ich mir merken. Du kriegst die Zitrone auf eine ganz andere Weise ins Essen. Ganz anders. Ich wollte gerade sagen, viel geiler. Je nachdem, wie man es haben will. Aber eine geile Art zu kochen. Richtig geil. You have to taste this. Absolutly good. Best one. Nichts verstanden. Ich habe es besser gesehen. Ich habe es besser gesehen. Ich spreche ein bisschen Französisch. Aber ich habe alles vergessen. Gar nicht mal doll gewürzt oder so, wisst ihr? Das trumpft einfach durch die Zartheit. Da muss ich auch sagen, ich meckere oft, weil fehlt der Wumms. Hier brauchst du keinen Wumms. Das ist einfach natürlich. Einfach mal Impulsgewürze, mal so ein kleiner Seitenhieb. Aber einfach so zart, so lecker. Dieser Fisch pur. Wenn ihr hier seid, auf dem Markt. Marokko, Agadir. Halle 7. Und hier direkt am Eingang, Leute. Kann man das Street Food nennen? Das kann man beinahe schon Street Food nennen, ne? Das ist Street Food, Leute. Dennoch ein Hauch von Olive. Reingezogen der Geschmack in hier den Fisch. Also das ist Welt. Das kriegt von mir wirklich ne 9,5. Das kriegt ne 9,5 von mir. Spiel mit Schärfe. Hier unten. Versteckt sich noch ganz wie Geschmack. Das kriegst du so zu Hause nicht hin. Scheiß auf das andere Taginen grad. Das war für die Touristen da in einer anderen Halle. Das hier ist richtig traditionelles Taginen, man. Hast wieder so ne liebliche Note, als wär da ein Stück Butter drin. Impuls von Gewürzen, die du nicht deuten kannst. Welt, Leute. 9,5. Richtig freu ich mich, das gegessen zu haben gerade. Richtig freu ich mich. Also langsam werd ich echt ein bisschen satt. Ärgerlich, dass ich hier nicht vorher war. So ne Scheiße, man. Hier gibt's noch richtig viel. Diese Dinger waren da. Richtig knusprig, fischig, lecker. Ja. Wow. Wow. Ja. Die wuchs. Also die haben hier grad ins Fanny gewechselt. Ich wollt viel zu viel zahlen. Und die haben mir den Rest wiedergegeben. Die hätt mich auch abziehen können. Der hätt's nicht so viel, ne. Aber ist ehrlich. Wir haben hier von allem nochmal etwas. Ich film da nochmal rauf. Richtig geil, dieser frittierte Kram. Der zeigt mir grad, wie man das isst. Habt ihr gesehen? Cool. Heiß, heiß. Aber das Außen war auch lecker. Perfekt. Ich sag euch ehrlich, mit Kruste fand ich aber besser. Ach so, ich würde das so essen. Rein da. Schön liebliche Salznote dabei. Dieses knuspige vom Frittierten. Mir egal, wie das hier essen die Leute. Ich dachte, das wär das scharfe Zeug von eben. Vom Tajinenstand. Aber das ist so ne Suppe in der Art. Das ist auch nochmal was anderes. Muss ich aufpassen mit den Gräten. Ich weiß nicht, warum man das abgepult hat. Einfachen zu essen. Aber diese Kruste außen. Ich snack sogar die Gräten mit hier. Wirklich basic eigentlich. Einfach frittiert. Leichte Salznote. Liebly. Schöner Fischgeschmack. Knusprig, aber mega. Ja, gucken was wir noch so finden. Den gegrillten Fisch will ich noch einmal essen. Er muss das langen für das Video. Could I taste one of this? So Leute, den musste ich mir noch geben. Einen hat er mir noch rausgegeben aus seinem Repertoire. Da hat er anscheinend grubes Meersalz drauf gemacht. Ich hab grad mit den Sizzle Brothers nochmal drüber geredet. Ist ja so, weil Salz ist oft, weshalb man das auch anders im Mund vorkommt, die Konsistenz einfach. Und diese Salzprocken oben drauf machen gleich ganz anderes vieles. Zerläuft dir im Mund. Als hätten die da nochmal extra Flüssigkeit reingespritzt. Das ist so richtig schön saftig jetzt. Irgendwie die leichte Säure ist da noch am Start. Geil zum Snacken, man. So, wir sind durch beim Video, Leute. Hier in der Foodhalle in Marokko Agadir. Ich danke euch fürs dabei sein. Denkt dran, ich hab vor, wirklich mehr Sachen im Ausland zu machen. Da muss es natürlich knallen. Das heißt, ihr müsst den Daumen oben glühen lassen, Kommentare dalassen, ein Abo, das Video teilen. Dann geht das viral. Und dann seh ich natürlich auch, dass euch das Bock bringt, sowas im Ausland. Und wer das öfter macht. Werde ich auch so. Aber ihr wisst, wie ich meine. Auch wenn das Video nicht gut ankommt, scheiß drauf. Aber würde mich natürlich freuen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Kuss an alle. Geht raus. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.